Hey, du bist der geilste. Zweitgeilst. Ich bin in einer höheren Kategorie. Ich bin ja eilig. Für unsere Botschaftsvermittler haben wir drei Aspekte vom Wasser eingebunden. Natur, Nutz und Trinkwasser. Der schwierigste Effekt mit der Flüssigkeit, die in der offenen Flasche bleiben soll. Was hier so aussieht wie ein Bild, ist eigentlich ein Video für Flaschen, das wir abgefilmt haben. Um dann später Frame für Frame, also Bild für Bild, die Umrisse auszuschneiden. Die Flasche wird rotiert, positioniert und ins Video eingefügt. Alles was jetzt noch braucht, ist eine Mischung zwischen zufälligen und kontrollierten Bewegungen, dazu Farbkorrektur und künstlichen Fokus und die Illusion ist komplett. Tutorials dazu im Internet zu kennen gegeben. Die nächste grosse Herausforderung ist die Balkonszene mit dem aufsteigenden Regen. Dazu habe ich Regen animiert, aufs Video gelegt und dann Frame für Frame gesagt, was alles vom Regen hat, soll ausgeschlossen werden. Dazu gehören nebst Darstellerinnen, Balkon und Geländer, natürlich auch die Finger. Bei 6 Sekunden Länge und 25 Bilder pro Sekunde macht das 175 bearbeitete Bilder nur für diese Szene. Das war's gewesen. Ah und es hat sehr Spass gemacht mit den beiden zusammenzuarbeiten. Bis zum nächsten Malista! Bis zum nächsten Malin! Dann bleiben die 5000 và 23 Mitternats이었. Vielen Dank.